und so weiter weiter ich kann auch meinen joggingpartner verspätet er sich und ansonsten nicht in der buchhaltungshölle aber ich hatte das so dass immer egal ist sie alles einziges chaos und naja lenk mal wieder ab im video sorry dass es gerade zeitmäßig immer so ein bisschen anders ist aber irgendwie musste auch so oft nach hamburg noch und da ist ein bisschen schwierig ja wenn du solche fragen stellen willst wie gleich kannst du bei den formular auf die beschiffung die machen einfach so kurz geht los vielleicht sehen wir uns essen auf der lesung und heute haben wir finde ich eine spannende frage sowohl psychologisch als auch wenn man so will spirituell so dieses gefühl man hat sich sowas cooles mal zu hart gearbeitet hat sich sowas denkt man erst mal cooles manifestiert und dann ist es auch nicht so cool und denk es wirften also ich setze ja auch so spiritualität immer sehr vorsichtig eines wird ein wirft ein gutes licht drauf dass dieses mit der spirit also so sachen manifestiert ist nicht so einfach wie man so denkt ne also ich glaube schon dass dass wir so ein vibe haben und dass dieser vibe in der welt so seine wirkung tuten häufig nicht so wie wir das so denken und vielleicht können uns das hier mal anschauen ja nachricht von irini kaufler und sie schreibt hallo christian erst mal lieben dank für deinen unermüdlichen eifer sich durch unsere beziehungsdramen zu arbeiten und an 5d beziehungen zu glauben ja auch wäre zeiten gerade ich weiß gerade echt nicht echt verrückte zeiten aber gut ich habe das lange getan gerade kurz nicht komplett den glauben verloren ich verfolge schon seit vier jahren deine videos habe viele deiner kurse gemacht stefanie stahlbücher durchgearbeitet und mir ganze standardlisten und direkt gearbeitet heldenreise gemacht zwei jahre schema verhaltenstherapie heldenreise ist son wenn das jetzt das ist was ich denke irgendwie so ein art konzept wo du mit so einer gruppe sind nicht so mit viel tatar und tatü ja wie soll man sagen wieso keine also keine ahnung machst halt so eine feldenreise in deiner fantasie begegnest deinen ängsten und dann dämonen und hat mich früher mehr begeistert als heute solche sachen mich von meiner toxischen familie distanziert von eigenen freundschaften und vieles mehr beging es bis vor ein paar wochen richtig gut ja das ist schon mal gut super ich hatte ein nice geiles leben in vielen konzerten bin gereist alleine nach lichtenstein und hat immer wieder shitburger weggeschickt und nicht gegessen dann war ich auf dieser heldenreise und da sollte man sich seinen größten wunsch manifestieren meiner war mehr liebe als bisher in mein leben zu ziehen ja ich empfehle ja immer gerne meinen manifestationskurs also ich habe jetzt überhaupt kein problem ich würde es nur genauer machen ich würde wirklich mich hinsetzen ob du es jetzt in seinem kurs macht oder genau aufschreiben so stelle ich mir meinen neuen partner vor der diese und jene eigenschaften soll der haben ich würde mich jetzt heute nicht mehr hinsetzen würde sagen möchte gern mehr also so einen unspezifischen wunsch ans universum schicken ich würde wirklich auch aus psychologischer sicht weil das ist kann man psychologisch genauso aufziehen genau aufschreiben was man haben will so nicht einfach so mehr liebe ja es kann sein dass dann mehr liebe in form von tier kommt oder was weiß so ein bisschen genauer da man musste auch eine tarot karte ziehen die ich an mein vision board klemmte und ich glaubte daran was diese karte sagte sie zeigte zwei menschen mit jeweils einem keld ich den sie sich reichten ein löwe für kraft und das gesundheitszeichen auch drüber geschrieben ich glaubte an eine ausbalancierte begegnung und als wir uns genauer vorstellen sollten sei ich ein japaner und wie wie wir lustig mit kindern und einem van durchs leben reisten gut ich meine ich verstehe das alles man darf nur manifestieren und so darf man nicht verwechseln mit doch wieder diesen liebes diesen soll ich mal sagen romantik motto oder um anzuschmeißen das ist einfach echt schwierig weil der romantik motor da oben der hat nicht den richtigen weib für so richtigen manifestation damit manifestiert man sich immer nur wieder toxischen kram irgendwie und das so zu unterscheiden das ist immer wieder die frage also so verstehe ich das für mich manifestiere ich so aus seiner neediness oder aus dem ego oder wirklich aus meinem bewussten selbst so aus dem oberhaupt wie man vielleicht so in einer in inneren team sagen würde so also das das sind halt so die fragen und ich das hier so lese mit aber okay ich kann es trotzdem fühlen und alles gut und dann hatte ich ein seltsames match bei ok cupid bei dem herrenstand nicht aus der japaner ist man saß es hand nicht nur nicht dass er japaner ist man saß ihm auch nicht an eigentlich matchte ich ihn nur weil er augenscheinlich auch mal genau mensch ärgerlich nicht weltmeister war und ich dachte hey da traut sich was was ich auch kann er war nicht mal eine 10 von 10 sondern eine 6 gut jetzt mit dem aussehen muss jeder selber wissen wie wichtig er das nimmt also ja alles gut aussehen ist ich will es ja gerade viel forschung immer wichtiger geworden über die jahre vielleicht nicht so die beste entwicklung aber ist wie es ist ja als dann plötzlich herauskam dass er japaner war und aus meiner kleinen lieblingsstadt in japan kam nämlich aus der die ich mir beim meditieren immer als friedlichen ort vorstellt da hielt ich das für ein zeichen vom universum ja absolut kann ich total verstehen und trotzdem wenn man sich so sachen manifestiert man macht ja häufig auch keinen zeitstempel dran also kann sein dass das alles was du da kann auch sein dass es zum späteren zeitpunkt kommt und nicht zu dem zeitpunkt wo du jetzt denkst aber aber ich kann total verstehen dass man dann so ach ja der ist es jetzt aber ich kann nur immer wieder sagen ob ich jetzt an spiritualität glaubt oder nicht oder psychologie oder nicht wenn ihr aus toxischen beziehungen kommt wirklich guckt euch ein date nach dem anderen an egal wie viel zeichen ihr da seht wie viel was da alles zu passen scheint ob kirchenglocken leuten wenn ihr zusammenkommt ob der mond scheint wenn ihr zusammenkommt ob es irgendwelche absurden zufälle gibt wirklich schmeißt das alles an die seite und guckt okay standards und die rblk was fühle ich hier erste date war gut okay zweite date treten obsessive gedanken auf das ist wirklich mein ganz dringender rat geht wirklich aus dieser ganzen maschine raus und macht das was ich euch jetzt zeige meinen kursen auch wirklich ganz tec 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 wirklich ganz emotionslos okay erstes date zweites date drittes date wie läuft es jetzt obsessive gedanken werden standards eingehalten und so weiter und so weiter natürlich auch sich selbst gucken auch fangen jetzt an mit benötungsangst bei jemandem was gar nicht nötig ist und so weiter so so schließlich hatte ich das ja manifestiert folgen folglich hatte ich wahrscheinlich die anzeichen habe ich wahrscheinlich die anzeichen überrannt und war zu euphorisch vier wochen später sahen wir uns jedes wochenende der bettsport war fantastisch wir tanzen zuhause manchmal aus leichtigkeit wir lachten unendlich und tauschen uns auch über die drama aus ja gut mal ein bisschen hin ja gesagt mich würde mal interessieren ob es zu obsessiven gedanken gekommen ist aber naja vielleicht hätte ich stutzig werden sollen dass er nicht gut über seine ex freundin sprach dass er in den 30 jahren waren und noch keine ausbildung abgeschlossen hatte dass er mehrmals sein leben vorher hingeworfen hatte aber alles hatte ich nicht klar gesehen ja ich meine gut wenn man verknallt ist aber ja das sind genau die sachen auf die man dann natürlich auch guckt plötzlich am vierten wochenende stieg er aus dem bus und sah mich anders an er wirkte abwesend aber ich dachte ich spinne vielleicht und meine verlustangst schlägt so doch als er als wir auf irgendeiner veranstaltung waren wirkte er weiter abwesend und am nächsten tag erzählte er von äh ja psychischen problemen wut auf die ex aber das wird mich auch stutzig machen dass sie erst letzte woche all ihre sachen geholt hätte dass er alle die freunde durch sie verloren hätte und dass er gar nicht mehr wisst ob man deutschland sein wolle am besten tat wir das dann all sein worten nicht mehr mich sah ich fühle aus allen wolken ja gut hier haben wir jetzt jemand ich meine das ist immer scheiße wenn man jemand datet der sich gerade getrennt hat dass es natürlich dann noch emotional noch besetzt davon ist und ja die ex ist immer schwer zu schlagen irgendwie und äh 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 man ist der achten zwar plötzlich in depression gefallen und hatte auch wesentliche dinge beschönigt ja wissen wir jetzt nicht aber wie gesagt diese phase direkt nach einer trennung und sie hat gerade die sachen abgeholt wer weiß wie lange es her war haben die sich erst letzte woche getrennt oder was oder vor vier wochen meinetwegen auch ja ist natürlich ist nicht in der verfassung vielleicht jemand neues kennenzulernen trotz aller zeichen des universums äh plötzlich war seine ex beziehung nicht fünf monate her sondern erst drei monate also ich könnte ja wetten dass sie auch weniger als drei monate her war und äh ja hat er dem mal eben in the fucking face gelogen also ich finde man muss ja nicht alles erzählen was vorher war mein gott das muss echt nicht sein aber wenn jemand nachfragt und du dann in the fucking face angelogen wirst könnte man ja sagen fünf monate drei monate ist ja kein großer unterschied ja vielleicht war es aber auch nur ein monat und und es ist schon mal eine bereitschaft da dich einfach in die fresse zu lügen so ist es einfach ne äh zusätzlich gab ich an diesem wochenende einen kondomunfall den er erst verschwiegen hatte gut lassen wir mal so stehen und dann als wir zur apotheke ging was für die pille danach zu spät ah ok überleicht gerade zu spät aber okay gut als er weg war wusste ich schon ich sehe nie wieder er sagt das gegenteil aber ich habe das auch gespürt letztlich ließ er mich dann emotional am telefon öfter verhungern war nicht mehr dasselbe melde sich nur darum zu wissen ob ich auch nicht schwanger bin als ich mich aufgeregt denn auch benannte was er mir da angetan hat blockiert er mich in seiner letzten nachricht kündigte an dass er am ende des jahres wieder nach japan zurückgehe seine wohnung gekündigt habe seinen job sein studium nagel hänge und ich mir auch keinen kontakt mehr wolle er habe sich eingebürtet er können eine beziehung führen müsste sich aber erst um seine depression und sein verkorkst das leben kümmern ja aber da hat er ehrlich gesagt recht also offensichtlich ich meine klar jemand der jetzt weg zieht sich gerade getrennt hat aber letzten endes ist er einfach auch nicht richtig verknallt in dich und das alles kann heute spielen seine psychologin habe ihm geraten sich nur noch auf sich zu konzentrieren gut ich würde auf sowas was leute sagen was ihre psychologen gesagt haben würde ich nicht viel geben weil das wird auch also es kann sein es aber wird häufig vorgeschoben auch um weiß ich nicht die hat gesagt so das und das machen kriegt man nicht so viel ärger wie man sagt ich mache jetzt das und das naja aber ist auch letztlich egal ehrlich gesagt ist mir irgendwas kaputt gegangen nein ich will nicht verhärmt und hoffnungslos sein aber dieses manifestieren ist so sehr nach hinten losgegangen dass meine ganze arbeit am liebeschips so sehr umsonst war glaubt mir da war nicht ein faszin von umsonst und auch all die analysen meiner selbst und beziehungen die staatsbücher nichts gebracht haben das hat mich im höchsten maße aus der bahn geworfen ja verstehe ich natürlich aber man könnte jetzt auch mal gut fünfmal waren es nur vier wochen das war jetzt nicht vier jahre ein scheiß oder so du hast jemand der einfach nicht passt von dir weg gebracht auch irgendwo wieder weg manifestiert das fand was ich was gutes finde und aber ich komme gleich noch mal darauf zurück ich glaube gerade felsenfest dass es nun vorbei ist weil ich solche vier wochen noch nie erlebt habe das ist actually meiner sicht nach ein guter punkt an dem du jetzt bist aber da komme ich gleich noch mal zu mein meditationswort ist auch beschmutzt ja jetzt war das ganze mal ein bisschen runter als ich verstehe dass es total frustrierend ist also ich kenne auch diese phasen wo man so denkt man hat jetzt alles verstanden und da kommt wieder so eine flaume sage ich jetzt mal wie frustrierend das ist verstehe ich total aber ich kann immer wieder sagen es kann schon einen tag auf dem anderen vorbei sein und oft zum zeitpunkt wo man nicht damit rechnet und plötzlich werden wir jemand anders kennen das ist ganz anders ist auch wieder so ein bisschen drama tolle universum also es ist nicht ganz so wie es dann hofft ist wenn bindungssicherer partner kommt dass es ruhiger abläuft dass die ganzen themen plötzlich überhaupt keine rolle mehr spielen und aber auch nicht rosamunde pücher alarm ist von morgens bis abends ja das hat nicht so diese signatur sage ich jetzt mal ich weiß nicht ob ich noch so versicht haben soll dass ich nicht allein ohne kinder mit katzen ende ich bin ende 30 da bin noch so viel mehr da kommen glaubt mir keine also dass das kann es jetzt gerne frustriert sein mal ein paar tage aber ne kommen munter putzen aufstehen weitermachen gibt ja nicht so viel drauf irgendwann erneut aus keinem mangel zu daten erscheint mir fast unmöglich ja ich glaube du bist da am guten punkt aber komme ich gleich noch dazu es hört sich vielleicht verrückt an aber ich glaube plötzlich dass auf mir eine art fluch liegt auf dir liegt kein fluch das ist ein ganz normaler ablauf als habe mein vater recht gehabt er hat mal gesagt mit dir hält es eh kein mann aus und ich habe furchtbare angst dass er meinen weg vorgezeichnet hat und all das hoffnungsweise wären und an sich arbeiten nichts bringt doch das bringt schon was aber ich meine es liegt kein fluch auf dir und was dein vater gesagt hat ja natürlich beeinflusst ich habe auch solche ich war mir hat auch mal jemand so ein chinesischer arzt oder eine ärztin hat mir aus der hand gelesen und also pseudo chinesisch nicht wirklich hier in deutschland und hat mir auch wirklich sachen gesagt aber ich dachte es wo ich echt dachte ehrlich dass ich flippe jetzt hier aus irgendwie und war auch echt total daneben und völlige grenzüberschreitungen und ja man denkt man dann so in manchen momenten denkt man so was stimmt und aber das ist auch so ein bisschen so eine art weiß ich nicht anführungsstrichen magisches denken so das ist quatsch also andere menschen haben letzten endes haben die wenig sei denn sich zwingend nicht direkt wenig als erwachsene haben die wenig macht über dich so und wichtig ist was du glaubst und aber es ist okay wenn du jetzt mal eine zeit das wurde frustriert bist alles okay ich habe so eine immense wut dass ich aufpassen muss nichts kaputt zu hauen ja ganz einmal holz hacken oder sowas vorsichtig aber vielleicht spannend an dieser wut noch mal weiter zu arbeiten so ne das vielleicht weil es hat bestimmt alles den sinn auch mit diesem mann willst man nicht wahrhaben aber auch das wird einen sinn haben vielleicht kommst du noch mal eine sache die du nicht angeguckt hast ne ich glaube es ist auch eine wut aufs universum dass nicht endlich mal friede und ruhe und liebe einkehren kann ja das verstehe ich total also dass das habe ich auch ab und zu mal warum jetzt wieder das rum jetzt wieder das ja kann ich wir haben halt nicht den blick drauf sitzen hier drin sind in so einer achterbahn wissen nicht was die nächste kurve bringt und und letzten endes ist das auch so meine freunde sagen immer mehr als versuchen kann man ja nicht und dass ich so viele schon so schnell erkenne und nicht mehr in toxischen beziehungen stecken lassen haben sie auch vollkommen recht das ist ein super punkt an dem du bist und was ich gut finde an dem punkt ist ist dieses gewisse art von aufgeben jetzt versteht mich nicht falsch also ich meine das jetzt nicht auf so eine soll ich mal sagen niedergeschlagene art oder so sondern dieses wirklich sagen ich lass es jetzt los ja dann ich akzeptiere es akzeptiere es bis ich vielleicht nie eine beziehung haben werde so ich war auch mal so ein punkt da habe ich gesagt so ja habe keinen bock mehr drauf habe keinen bock auf beziehung ist mir scheißegal vielleicht mal irgendwie eine affäre drauf geschissen ist mir scheißegal und ich bin auch nicht ich bin nicht bereit meine standards wieder zu senken offensichtlich passt niemand zu meinen standards ich bin bereit ich akzeptiere das jetzt und lebe mein leben und bumms hat sich mein leben total geändert aber erst an diesem punkt und nicht vorher als ich wollte dass es sich jetzt ändert das hat nicht funktioniert so ne und ja also das ist schon immer noch man muss es wirklich aber ich habe die welt nicht gemacht gibt nicht mehr schuld aber man muss wirklich an so einen punkt kommen häufig dass man sagt ich lass es los ich lass beziehung los das ist mir einfach egal jetzt und und trotzdem aber nicht so die tür zu machen dass keiner meine chance hat so und das und da glaube ich bist du jetzt auch und das fühlt sich für dich jetzt vielleicht schlecht an aber dass ich kenne viele leute mich eingeschlossen die wirklich kurz bevor sie jemand wirklich vernünftiges kennengelernt haben noch kurz vorher noch richtig nerv hatten und also dieses dieses muster löst sich plötzlich und zu einem zeitpunkt wo man nicht unbedingt damit rechnet und das geht nicht so gibt es geht zwar graduell das häufig so diese dieses toxische immer kürzer wird und aber da bist du jetzt an so einem guten punkt drei vier wochen ja kürzer geht es halt nicht und ja also ich kann ja durchaus mut machen es ist natürlich auch nicht wie es jetzt wie dein leben jetzt weitergeht aber ist auch völlig in ordnung jetzt wenn du jetzt mal frustriert bist und auch mal in ordnung bist ich habe jetzt gerade mal keinen bock mehr an mir weiter zu arbeiten das ist auch kann auch auch ein sehr die eigene schwingung sehr locker an dieses ich mache jetzt mal was anderes aber jetzt mal gar nicht mehr an mir ich habe auch genug an mir gearbeitet habe keine lust mehr kann auch einen sehr guten vibe geben muss ich auch sagen ja das kann ich dazu sagen meine freunde sagen immer mehr zu suchen als hatte ich schon aber es heißt ja nicht dass man jemals glück hat ja also dazu wird bei mir bald neue ganz neues kurskonzept geben also da werde ich dann noch was zu sagen also was jetzt immer sagen glück ist nicht unbedingt das was wir uns so vorstellen ich würde nicht so viel darauf geben also natürlich gibt es glück aber wir meinen damit häufig so dieses dopamin mäßige aber ich will nicht so viel darauf geben sondern einfach munter putzen und sagen okay für mich weitermachen weitermachen leben machen nice guys leben machen konzerte gehen was du vorher gemacht hast noch mehr sagen universum ich lasse es jetzt los also macht man irgendwas du willst aber ich lasse es dir mal los und gibt's ab gibt's ab an wie sagen die bei a immer gibt's ab an eine höhere macht irgendwie und ja und aber es ist völlig in ordnung jetzt erst mal total frustriert zusammen und jetzt kannst du auch aufs universum würden sein ist alles okay vielleicht kannst du was dazu sagen ich bin wirklich ratlos vielen dank dass du dich der mail annimmst freue mich schon über dich und aileen ja hoffe ich konnte ein bisschen weiterhelfen und wir sehen uns bald wieder Untertitelung des ZDF, 2020